ihr seid der absolute knaller es sind jetzt knapp zwei monate also noch nicht mal ganz zwei monate und heute habe ich 100 abonnenten erreicht das ist etwas mit dem ich absolut nicht gerechnet habe und ich möchte mich dafür an dieser stelle wirklich noch mal bedanken bei euch und habe mir gedacht was könnte ich denn machen zu meinem 100 abonnenten jubiläum und zwar gibt es heute ein kleines special ich bin hier draußen in der halb natur so sehr man natur sagen kann in der großstadt und habe mir überlegt für 100 abonnenten hebe ich heute 100 müllstücke auf und als hätte es die natur gewusst hat es heute natürlich geschneit was dieses 100 abonnenten special noch mal besonders schwierig macht denn viel von dem müll der eigentlich offen rum liegt ist heute unter einer kleinen schneeschicht bedeckt nichtsdestotrotz nehme ich die challenge die ich mir gerade selbst stelle gerne an und werde 100 müllstücke aus der natur entfernen für die 100 abonnenten dafür nehme ich mir erstmal einen stock den breche ich mir zurecht und spitze mir den auch ein bisschen an damit ich das nicht alles mit der hand aufheben muss ja ich glaube dass das wird reichen und seinen zweck erfüllt okay dann legen wir mal los okay und hier haben wir auch schon unser erstes müllstück ich versuche das mal hier aus dem gebüsch zu holen ist gar nicht so leicht nämlich schön tief drin ach komm raus hier ja fast ja haben was ja nummer eins nummer zwei nummer drei nummer vier nummer vier ah Ah Ich glaube ich hab's Wie ihr erkennen könnt Ich mach das nicht professionell Nummer 5 Hier haben wir mal wieder was Eine Capri Sonne Die sich nicht wirklich aufpiksen lassen möchte Aber ich hol sie mal raus aus dem Gestrüpp hier So Da haben wir sie Vielleicht lässt sie sich ja doch auch piksen Ja ich glaube so halb Okay Nummer 6 Und Ich brauche einen neuen Stock Stock Die zweite Okay Auf ein neues Hier haben wir noch ein bisschen Moment Eine Rotzfahne Nummer 7 Ich bin Hier haben wir auch irgendwas Das Ach du Schreck Das nehme ich tatsächlich mal in die Hand Das sieht nämlich aus wie ein Wie ein Prison Shank Irgendwie so ein selbst gebasteltes Messer Wahrscheinlich von irgendeinem Kind Was irgendwas hier drum gemacht hat Das kommt definitiv auch in den Müll Nummer Nummer 8 Nummer 9 Nummer 10 10 Na kommt schon Nummer 11 Das wird nicht loskommen So Nummer 12 oh no ich glaube das nehme ich mal lieber mit der hand Nummer 15 und Nummer 16 Nummer 17 hier hat er auch noch Spaß eine Robka Flasche Nummer 18 ich bin hier nicht erst seit gestern na komm raus Nummer 19 Nummer Nummer 17 Vielen Dank. Das sind zwei Stücke, aber das zählt jetzt. Eins, eins, eins schon mal. Ich könnte mir fast schon überlegen, da nicht mal so ein richtiges Tool für zu holen, weil das mit dem Stock wirklich ganz schön mühselig ist. Zwei, und da ist jetzt noch ein Stück, weil ich es ein bisschen zerfleddert habe. So, zählt natürlich nur als Eins. Eins. Wir sind bei 22. 23. Bisschen dickig hier. 25. 26. 27. 28. 29. 29. Und da ist noch so ein Flachmann, der da auch nicht erst seit gestern liegt. 30. 30. 30. 30. Der Sack füllt sich langsam. 30. 31. Also Capri-Sonne findet man relativ oft hier. 30. 31. 31. 32. 31. 32. 32. 32. 32. 34 das hier gehört hier auch nicht hin ich habe es in zwei teile gemacht das zählt natürlich auch wieder nur als 1 35 so hier haben wir eine maske 36 und das war glaube ich mal ein teil von dem stift das nehme ich einfach so 37 38 mitten in den dornen hier natürlich auch das werde ich gar nicht aufgepikst kriegen 39 da kommt wer da haben wir eine dame in unterwecker 40 ironischerweise ein stück kunstpflanze 42 ich glaube das auch ja dann haben wir nochmal zwei stücke kunstpflanze 42 und 43 ich glaube da habe ich auch zwei stücke daraus gemacht die werde ich noch einfach mit der hand nehmen die werde ich noch einfach mit der hand nehmen 44 45 und ein katzenauge 45 das zerbröselt direkt das muss ich auch mit der hand aufnehmen 46 47 47 47 47 47 47 47 Oh, das war mal eine Maske. Halbzeit. Ach, das ist ein Stück Arbeitsplatte oder sowas. Schwer auf jeden Fall. 52. Ich habe keine Ahnung, warum hier so viele Pflanzen-Töpfe liegen. Das ist mir auch irgendwie nicht so ganz erklärlich. Das kühle ich mich aufgepixt. Das kühle ich mich. Das ist mir raus aus den Dornen hier. Das lässt sich natürlich auch nicht aufpixen. Wie war das hier? 59. 60. 60. 60. 60. 60. Und mal wieder eine Capri-Sonne. 64. 65. Schrauben, 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 Schrauben. Eins, und erhole ich gleich den hier auch mit. Eins, zwei, zwei, eins, zwei, siebzig, aber noch mehr. Ich bin sicher, was das hier war, aber das gehört hier nicht hin. Eins, zwei, drei, fangen wir mal hier mit an. Nicht in die Erde rein, in die Tüte. Eins, zwei, drei. Ach, hier sind auch schon wieder ne Karpi-Sonne. 75. 50. Da muss ich nicht aufkieksen lassen. Ich nehme es mit der Hand. 76. Ich denke, das hier können wir als Eins zählen. Obwohl es drei, vier Stücke sogar sind. Das war wohl mal ein Kabel. 77. 78. 79. 80. 80. 79. 79. 88. 80. Ich kriege schon mal 81 und mache das jetzt auf Kamera. 82. Also diese Kronkoppen sind wirklich schwierig aufzuholen. Geschafft. 85. Keine Ahnung so genau, was das ist, aber das gehört ja auch nicht hin. Ich glaube, die beiden gehören zusammen. 1. 1. Hopp. Oh nein. So. 88. 89. 89. 90. 90. 90. 90. Also das meiste, was man hier findet, sind entweder Karpelsonne oder die Packungen von Taschentüchern tatsächlich. 92. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. so und 93 werde ich wohl auch die hand nehmen 94 95 5 stück noch so und mal wieder eine kaprisonne natürlich das waren zwei jetzt zwei stück noch 99 kommt so ein noch also vielen lieben dank nochmal für die 100 abonnenten sobald wir dann die 1000 erreichen mache ich natürlich noch mal das gleiche mit 1000 müllstücken das gleiche mit 1000 müllstücken